Sagen Sie, mögen Sie Agentenfilme, Mr. DeVier? Oh, damals als Kind war das mein Traumjob. Gentleman-Spion. Für meinen Geschmack sind die heutigen alle ein wenig zu ernst. Ich liebe jede noch so weit hergeholte Handlung. Wir sind Kingsman, ein internationaler Geheimdienst, der auf der höchsten Geheimhaltungsstufe operiert. Nun ja, meistens. Ich wünsche, dass jeder von Ihnen einen Kandidaten vorschlägt. Wer sind denn Sie? Der Mann, der dich rausgeholt hat. Du hattest Mitleid mit dem Kleinen. Das ist krass. Riesen-IQ, hervorragende Leistungen in der Grundschule. Aber du hast aufgegeben. Doch ich sehe Potenzial. Wir führen Sie an Ihre Grenzen. Wählen Sie Ihren Welpen. Wie heißt er? JB. Wie James Bond? Nein. Jason Bourne? Jack Bauer? Oh, das sehe ich doch. Wenn du bereit bist, dich anzupassen, unterbreite ich dir das Angebot, ein Kingsman zu werden. Das ist es? Natürlich nicht. Richmond Valentine hat mit biologischen Waffen experimentiert. Was werden Sie jetzt tun? Wir werden Valentine ausschalten. Versammeln Sie die Kingsmen. Gewalt fliegt mir auf den Magen. Wenn ich auch nur einen Tropfen Blut sehe, war's da Schluss aus. Lass mich raus. Entschuldige, Schätzchen. Ich muss die Welt retten. Dieser miese Pisser. Wenn ihr mir Blut auf den Teppich smiert, müsst ihr den komplett austauschen. Ich muss die Welt sterben. Ich muss die Welt sterben. Ich muss die Welt zum Krieger sein. Ich muss die Welt sterben. isinell mu друзья.